Hallo und herzlich willkommen Abgeguckt von Julien Bam und deswegen in der Rapform Mit diesem Rap wollte ich nur noch mal Danke sagen Für all die neuen Abonnenten und die vielen Fragen Als ich angefangen Okay, lassen wir diese Scheiße hier Gehen wir einfach mal ein bisschen zum Epischen rüber Ich glaube, das kann ich besser Seit gefühlten zwei Monaten mache ich YouTube Ich habe nicht angefangen, um wirklich Erfolg zu bekommen Oder generell Zuwachs Ich habe angefangen Weil ich Lust hatte Mittlerweile habe ich so viel Hilfe von Leuten bekommen Bei denen ich mich einfach mal bedanken muss Bevor das Special losgeht Also Danke gehen raus an Maya Auf jeden Fall an den Ruin-Clan Auch an Smiley, auch wenn du gar nichts getan hast, du Bastard An Repeat-Ticks, den Apo-Clan Und generell nochmal an alle Leute Und damit begrüße ich euch herzlich In der Homo Mein 1,6 Abos Special Ja Leute, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen 1,6.000 Leute Das ist so verfickt viel Das ist mir jetzt meine ganze Schule Und ihr müsst euch vorstellen Das hier sollte eigentlich das 1.000 Abonnenten-Special werden So richtig episch mit Maya Kill-Duell Das ist schön, weil ihr wisst Man ist ein richtig schlechter Public-Spieler Aber wir haben die Zeit nicht so gefunden Ich laber viel zu viel Scheiße Heute seht ihr im Hintergrund gleich Mein erstes Video auf diesem Kanal Ist nicht so ein krasses Special Aber als 1,6-Gas-Special geht das mega fit Ist ein Let's Play von einem bestimmten Spiel Wo ich echt ohne Witz Das ist nicht gespielt Ich habe richtig viel Schiss gehabt Das war wahrscheinlich auch mega peinlich Leute aus meiner Schule Haltet euer Maul Könnt die Fresse halten Ihr Allentlieber für die Schule Und man sagt uns zum Beispiel Viel Spaß Gebt dem Video auf jeden Fall ein Like Wenn es euch gefallen hat Ich mache das hier mehr oder weniger One-Take Aber ich hoffe das gefällt euch trotzdem Danke an alle Leute Die mich abonniert haben Finde ich mega nice Nochmal echt danke an alle Leute Auch hier Ruin Ja generell alle aus jedem Team Ich habe mich nur mit einem einzigen Nicht so gut verstanden Und da guckt meine Videos sowieso nicht Also haut rein Ich habe zu oft haut rein gesagt Viel Spaß Hoffentlich guckt ihr nicht mal da Motherfucker Motherfucker Was willst du da nicht? Soll ich hier rauskommen? Wollte ich batchen oder was? Guck schon da links Guck schon da rechts Ich muss drei solche Schalt aktivieren Und jetzt läuft der immer so im Kreis Weißt du wie scheiße das ist? Ich habe Schuss Ja Okay Anscheinend ist er da nicht Ja Ha 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 Halt verpiss dich Weil ich krass bin Geh rein Na ja ich renne noch gerade Ja 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 Geht er durch Nein Geht er durch Geht er durch Oh ich bin immer so am Ende Oh Herzlich willkommen bei Outlast Magge Die Tüte machen wir jetzt zu Ja Knall sie bitte noch kurz zu Da Obwohl nehmen wir gehen ja raus Hey yo was gedacht Jetzt geh raus so gleich wird es ist heftig Scheiß für Batterie Nein 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 Mama Geh nicht nein 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 Oh nein 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 Oh ich kann hier nachlaufen Nein nein ich bin hier nein Nein Geh weg Geh weg Geh weg Nein ich bin hier nicht Geh weg Das wollte ich, das wollte ich gut. Es geht an. Nein! Nein, nein. Jetzt hör auf, das Licht immer auszumachen direkt. Ich brauch was weg. Oh mein Gott. Ich brauch ne Batterie. Oh, das ist sogar... Lol, der Raum ist sogar richtig. Hier ist auch ne Batterie, oder? Oh mein Gott, hier ist ne Batterie. Schalt das Schalter an. Jetzt geh in den Schrank. Hä? Ich spiel das auch nur so lange, bis wir essen. Dann auch wir ihn nehmen. Okay. Wir machen die Tür jetzt auf. Wir haben keinen Schiss. Wir haben keinen Schiss. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Äh... Bereit! Nein, du bist jetzt nicht. Okay, erstmal hier unter dem Bett zu stecken. Weil ich bin da kein Schisser oder so. Ich stelle mich mal in den Ängsten. Ich bin hier nicht. Nein. Auf mich anzugucken. Ich wurde mit Garon 17.2 gehabt und Motten hatte 16.0. Er war genau echt Garon auf der oberen Läne. Zerfickt haben wir den. Ich habe Riven in einer Sekunde down gekriegt. Ich hoffe mir, glaube ich. Vielleicht einfach mal. Ich hoffe mir, Leichtwürste fällt. Twisted Fate ist nice. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, war das knapp. Oh. 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 Nein. Nein, ich bin hier nicht. Nein. Nein, geh weg. Mann. Lauf. 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 Hä? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin der Boss. Man nennt mich auch den Horror-Let's-Player-Number-One. Alles hier in 21 Minuten durchgezockt hier. Fast das ganze Spiel schon durch. Passiert da jetzt irgendwas auf dem Weg zum Terminal? Jetzt steht da hinten, diese Schwuchtel, Alter. Zieh dir was an, du Missgeburt. So, jetzt gehen wir an die Tastatur. Passiert noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Oh, ich erschreck mich trotzdem einfach nur. Ja, komm. Jetzt bin ich in dieser scheiß Gefängnisstation, ne? Du bist so eine Missgeburt, Alter. Ich schwör. Du brennst dich nachher ab für mich, ne? Aber jetzt... Fick dich. Alter, Emo, Alter. Jetzt wie viel Mascara hast du? Missgeburt, Alter. Auf mich anzugucken. Oh ja, er ist verschwunden. Äh, die können ja fliegen. Ach, schneidet er mir jetzt die Hände ab, oder was? Oh, Doktor, das war der Doktor, ne? Oh, nee, da muss ich auch noch hin. Oh, nee, oder Doktor, das ist einfach so unfair. Ja, Leute, also, äh, ich muss jetzt auch essen, das tut mir leid, ich hätte gerne weitergespielt, aber das reicht dann jetzt auch. Also, äh, ja. Ja. Machen wir die Tür nicht auf, weiß da jemand? Hä? Behindert? Ah, nein, Minion, super. Hab ich hier irgendwie Notizen oder so? Notizen brauchen keine. Oh, mein Gott. Nein. Oh, Mann. Ja, ich, ich, ich verabschiede mich jetzt auch, ne? Also, äh, das war echt schön jetzt und, äh, tschüss. Ja, ich, 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 Vielen Dank.